So, jetzt geht los. Falls sich einer fragt, was das hier ist, das ist meine Halskrause. Nein, ich habe gerade festgestellt, dass ich Schminktipps machen wollte und eigentlich gar nicht die Ausrüstung dafür habe, aber wir machen das jetzt mit Headset. Also, ich garantiert der erste Mann, der ein Video aufnimmt, mit Schminktipps, mit Headset. Bevor es losgeht, halten wir nochmal ein wenig inne. Heute hat mich, sie hat mich heute verlassen. Das ist traurig, genau deswegen. Meine Würde, die ist heute gegangen, hat gesagt, das tut sie sich nicht an. Ja, und als sie dann zum Türrahmen stand, konnte ich es mir nicht verkneifen. Ich habe dann auch gefragt, ob sie irgendwie mit runter nimmt. Hat sie nicht gemacht? Ja, ähm, ich weiß noch nicht, womit ich anfange. Ich habe hier lauter hübsche, kleine Sachen. Und ich habe gedacht, wir spielen von oben nach unten. Und zwar, ne, 4-4-2, habe ich ja schon gesagt, ne, vier Finger, zwei Daumen, 4-2. Das hier ist original verpackt, Schminke. Jetzt geht's los. Wir haben sogar eine Schere, womit wir das aufkriegen. So, und jetzt sitzt hier, wie der Affe, höchstpersönlich, sitzt er jetzt da und öffnet dieses Paket. Und es riecht schon nach Frau. Und genau in diesem Moment, denke ich, wir sind weit genug gegangen. Farbe, unbunt. Und das Problem ist bei der ganzen Sache, ich muss ja meine Brille haben, ich kann sicher gar nichts mehr. Macht aber nichts. Ja. Ähm. Gut. Auf die Gefahr hinein wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass bald Halloween ist und dann das Video ziemlich gut ankommt. So. Ähm. Wozu gibt es eigentlich einen Pill? Wozu ist der eigentlich gut? So. Ähm. Was betont denn meine Augen? Was nehmen wir ab? Komm, so ein knalliges Rosa hier. Komm. Einfach mal dick auftragen. Setz ich denn das hin? Weiß ich nicht. Ich knall mir einfach das jetzt hier hin. Hauptsache, es sieht schick aus. So. Bitte darauf achten Sie, wenn Sie Schminktipps machen, dass Sie kein Mann sind. Weil dann wird das nämlich nichts. Wie sieht das jetzt aus? Kann ich. Das ist ja gut. Ach. Alle lachen sich jetzt tot? Sieht an überhaupt was? Ich will nicht. Kann man gut leben. Nehmen wir nochmal die andere Farbe. Komm. Was machen wir hier? Dicke Farbe. Da. Hier. Einmal blau. Das sieht doch jetzt sexy aus. Ich bin doch überzeugt worden. Oh Gott. Furchtbar. Halt, das ist schick. Das nehmen wir. Das steht mir. Das steht gut. Ah, das ist das sexy. Ah, das ist das sexy. Will ich das nach unten fahren oder soll ich nach einer anderen Farbe? Oh, ich sehe erst so ein Pfeilchen ab. Das ist sexy. Ich weise darauf hin, dass dieses Video bitte nicht weitergeleitet wird, weil das peinlich ist. Gut, noch mal die andere Seite auch so. Ist doch egal. Ich sehe schick aus. Ich stehe dazu. 1500 Abonnenten. Kann man sagen. Ich habe es drauf. Äh. Nein. Habe ich nicht. So, hier nochmal ein bisschen. So schön. Sexy. Steht mir. So, wer jetzt anfängt zu lachen, ähm, ja. Der lacht so recht. Ich lache nicht. Ich behalte mir ein Milchabschlag. Halt, hier ein bisschen. Da noch ein bisschen. Das sind wir kaufen. So. Machen wir doch jetzt erstmal mit dem weiter. So, jetzt machen wir doch. So. Ich wollte mir doch schon mal hier so die Chat ziehen. Die Chat. Ist er gekauft. Mein Gott, wie ich aussehen. Das ist peinlich. Nächstes Mal laufe ich lieber nackt durch die Innenstadt von Neukölln. Das ist sinnvoller. So, wenn ich mich jetzt selber umbringe, habe ich mir doch ein bisschen Würde bewahrt. Jetzt habe ich den Stift fast kaputt gemacht. Das macht nichts. Wir sind ja nur im Fernsehen. Ach, das sieht wirklich aus. Ich kriege übrigens den Stift nicht ausgepackt. Wie kriegt man den hier raus? Beim nächsten Mal lade ich eine Frau dazu ein, die sich darüber lustig macht. So. Ich kriege den Stift nicht ausgepackt. Das Problem war, ich war duschen. Jetzt habe ich natürlich schwitzige Finger und kriege das hier nicht aus. Das wird sowas von peinlich. Ich kriege das hin. Ich schaffe das. Ich bin Profi. Jetzt ist die Spitze abgebrochen. Jetzt haben wir nichts zum Anschärfen hier. Doch, haben wir. Das sieht so aus, als wenn das so soll. Ich schärfe gerade den Stift mit einem professionellen Handspitzgerät an. Und trage dabei Lidschatten. Falls sich gerade jemand fragt, ob ich mich gerade zum Nöpfel mache. Ja, das tue ich. Ich schmiede mich nie wieder, habe ich gerade festgestellt. Lidschatten kriege ich nicht hin. So sieht jetzt übrigens mein Bleistift aus. Ob das was wird, wie man den da auspackt, bleibt ein Geheimnis. Ja. Ich spitzle jetzt noch ein bisschen an. Keine Sorge. Peinlich, der ganze Lied. Keine Ahnung, wie man das macht. Wir werden es mal probieren. So kann ich dir das aussehen. So sieht dick aus. Kann mein Finger jetzt schon aussehen? Ich bin sexy. Ich habe keinen Handspitz. Ich habe keinen Handspitz. Ich sage dazu nichts mehr. Perfekt. Halt. Super. Ich soll lächeln. Lächeln ist wichtig. Lächeln ist ganz wichtig. Lächeln. Lächeln. Ich bin so sexy. Ich weiß es doch. Äh, ja. Keine Sorge. Der Mascara wird mich retten. Rette mich. Wenn jemand fragt, ob ich getrunken habe. Wer jetzt eine Überlegung wird. Einfach nur so. So. Das hauen wir uns jetzt auch noch mit drauf. So. Das sieht furchtbar aus, was ich hier mache. Was ist da eigentlich drin für ein Zeug? Ich bin so sexy. Aber für das erste Mal. Das erste Mal noch gar nicht so übel. So. Ich habe jetzt hier Lipgloss. Oder... meinen... Warte, 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 jetzt soll ich mir erst mal die Frisur machen. Perfekt. Nehme ich jetzt den Lipgloss? Ja. Warte, mir steht. Dissle. Ah. Mit Apple-Geschmack will ich den mal testen. Hier, da glänzt sogar so schön. Das ist so furchtbar. Oder auch nicht. Ich bin froh, ich ziehe das jetzt durch. Weil alles hilft nichts. Ich muss meinen Glitzer auftragen. Den habe ich mir gewünscht. Ich habe gesagt, den musst du. Den musst du dabei haben. Den Glitzer. Den Glitzer. Das hat schon vorgestellt. Den Glitzer. Ach, ich bin schon ganz aufgeregt. Ach, ich kriege nicht auf. Wie kriegt man diese verdammten Verpackungen auf? Das muss um. Ich kriege es nicht auf. Übrigens der Lipgloss, der schmeckt ausgezeichnet. Ich glaube, ich bin sogar zu dick aufgetragen, aber es ist mir egal. Notiz an mich selbst. Das nicht wiederholen. Oder du musst das Video nicht reinstellen. Das ist für euch nicht notwendig. Das hat jetzt noch keiner gesehen. Also daher. Kannst du es dir nur überlegen? Andererseits, hast du gesagt, dass du... Ja, ich kriege es auf. Ich kriege es auf. Mein Glitzer. Mein Glitzer. Mein Glitzer. So, jetzt geht es los. Komm. Halt. Halt. Sorry, da. Ich kriege es auf. Entschuldigung. Jetzt habe ich jetzt den Pinsel dafür benutzt, ich weiß nicht, ob man das so macht, aber hey. Soll ich noch ein bisschen herkommen? Oh, nein. Warte, ich will ja schon machen, dann richtig. Nein, warte. Perfekt. Er ist wieder da. So, ich bin perfekt für die Halloween-Party. Arrrr. Jetzt pudern wir uns noch ein bisschen die Seiten. Noch nicht fertig. Wir brauchen noch ein bisschen Puder auf der Seite. Ich brauche ein rosa Bäckchen. Jetzt noch schamant gucken. Und wenn ihr das nächste Mal irgendwo mit mir zu tun habt oder an mich denkt, denkt bitte an diesen Gesichtsausdruck. So, das waren meine Schminktipps. So, eigentlich waren es keine Schminktipps. Eigentlich habe ich mich nur selber geschminkt und mich total lächerlich gemacht. Aber hey. Ich bin deutsch auf dich. Ich hab das durchgezogen. Bis zum bitteren. Ja, was es gebracht hat, haben wir jetzt alle gesehen. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke sehr. Vielen Dank.